im heutigen video soll es mal um den klarer käuferschutz gehen und zwar hat den klarer bei den transaktionen das heißt bei den einkäufen die ihr macht oder ähnliches einen käuferschutz dazu gibt es hier noch mal diesen artikel von klarer selbst der ist gerade glaube ich weg genau hier haben wir das ganze wir halten dir den rücken frei genieß sicherheit beim shoppen mit klarer deine finanzdaten sind bei uns sicher und geschützt und wir überwachen alle klarer transaktionen rund um die uhr damit das ganze noch mal und ihr seht ihr könnt ja auch einspruch erlegen das ganze ist relativ einfach also ihr seid auf jeden fall abgesichert es gibt hier einen käuferschutz bei klarer und ihr könnt dafür einfach hier oben zum beispiel auf hilfe drücken auf kundenservice bei euch in der app ist das so dass ihr da unten rechts auf das profil gehen muss dann oben rechts auf die einstellung und dann könnt ihr da auch verschiedene sachen machen dann kommt ihr nämlich auch genau hier hin und hier können wir in abgelehnte bestellversuche zahlung und rechnung und so weiter und um wirklich mit dem chat zu schreiben könnt ihr hier auf personenbezogene daten gehen dann hier drauf dann könnt ihr hier kontaktieren sie uns sind hier könnt ihr einen live chat starten und eure nachricht schreiben wenn es da probleme gibt oder ansonsten wie gesagt könnt ihr auch ganz einfach bei klarer anrufen dafür gibt einfach ein klarer kontakt und dann kommt die hier zu dieser telefonnummer und dort könnt ihr dann im prinzip klarer kontaktieren als die probleme haben genau ich hoffe das war es soweit dass ich euch gut weiterhelfen konnte falls ja sehr gerne ein like und abo da lassen würde mich extrem freuen und dann würde ich sagen das was von mir haut rein und schau